Gegen 10 Uhr ist es hier am Buckrich in Melle-Neuenkirchen zu einem Arbeitsunfall gekommen, als beim Abladen von einem Tieflader ein Bagger umgestürzt ist und der Fahrer in der Kabine eingeschlossen wurde. Als unsere ersten Einsatzkräfte hier eingetroffen sind, haben sie den umgestürzten Bagger hier in einem Feld liegend vorgefunden. In diesem Fall konnte der verunglückte Baggerfahrer hier sogar von den Anwohnern befreit werden aus seiner müßlichen Lage und wurde dann zunächst betreut von den Einsatzkräften, die hier schon vor Ort waren und dann an den Rettungsdienste, der aus Melle kam, übergeben zur weiteren Behandlung.